Herzlich willkommen, liebe Steinböcke, Stiere und Jungfrauen zu Ihrem Horoskop für die Woche vom 14. bis 20. August. Ihr persönliches Horoskop, abhängig von Ihren Geburtsdaten, können Sie über einen Link in der Videobeschreibung anfordern. Vielleicht freut sich auch jemand über so ein persönliches Geschenk. Um kein Horoskop zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Lieber Stier, legen Sie los, aber bitte überfordern Sie sich nicht. Planet Mars und auch Merkur unterstützen Sie in allen Lebensbereichen. Mit Uranus treibt Sie dieser Mars zu Höchstleistungen an. Sie schaffen viel weg und dürfen dann auch ruhig stolz auf sich sein. Passen Sie aber auf, dass Sie sich bei aller Aufbruchstimmung nicht überfordern. Was nützt alle Euphorie, wenn Sie kurz vor dem Ziel entkräftet und erschöpft die Arme sinken lassen? Setzen Sie sich ein Tempolimit, mein guter Rat. Merkur und Mars stehen im Zeichen Jungfrau und damit in einem für Sie günstigen Zeichen. Sie liefern ein Top-Ergebnis nach dem anderen. Sie drücken jetzt Stärke und Überlegenheit aus. Sie tun dies gar nicht mit Absicht, es kommt von innen und somit automatisch. Und schon sind andere Menschen verunsichert, weil man sie so gar nicht kennt. Liebe Jungfrau, Vertrauen zu sich selbst und zu anderen haben, Merkur und Mars stehen in ihrem Zeichen. Sie strahlen und sind voller Lebensfreude. Diese positive Energie zieht andere Menschen magisch an. Man will einfach in ihrer Nähe sein. Merkur hilft Ihnen dabei, vertrauensvoll, aber auch voller Selbstvertrauen auf andere zuzugehen. Es ist der beste Weg, um gute Freunde zu finden, auf die man sich in jeder Situation hundertprozentig verlassen kann. Mein guter Rat, Merkur steht in ihrem Zeichen. Das heißt, dass es wichtig ist, sich nicht nur an dem zu orientieren, was jetzt ist, sondern auch an die Zukunft zu denken. Das bedeutet aber nicht, dass der Moment im Hier und Jetzt keine Rolle spielt. Unsinn! Aber Sie haben jetzt mehr vom Leben, wenn Sie sich auch ein bisschen umschauen. Lieber Steinbock, was Sie sich auch vornehmen, es wird gelingen, diese Woche werden Sie von Merkur, Mars und Jupiter positiv unterstützt. Dieses Trio stachelt Sie an, was Sie beschwingt und offen macht für neue Herausforderungen. Sie haben auch viel Freude daran, neue Menschen kennenzulernen. Vor allem der Mond schickt Sie in eine durchaus erfolgreiche und starke Woche. Was Sie sich auch vornehmen, mit der Kraft des Mondes wird es gelingen, mein guter Rat, Merkur und Mars stehen in der Jungfrau und somit günstig zu ihrem Zeichen. Sie können jetzt viel leisten und sich auf das Wesentliche beschränken. Sie schieben Dinge plötzlich an, die schon lange liegen, aber Sie bisher keine Zeit fanden. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Auch nächste Woche finden Sie Ihr Horoskop auf diesem Kanal. In der Videobeschreibung gibt es einen Link für Ihr persönliches Horoskop anhand Ihrer Geburtsdaten, übrigens auch eine wunderbare Geschenkidee. Ich wünsche Ihnen einen Link für Ihr persönliches Horoskop an.